...gänzlich offen zu zeigen. Ist Ihnen später klar geworden, was sie eigentlich an ihm so fesseln konnte? Letzten Endes, dass er mir zugehört hat. Als einziger. Er wird sich nicht mehr so fesseln. Ich bin nicht mehr so fesseln. Mose und Israel. Jetzt haben wir die Hochzeit schon auf einen Wochentag verlegt, damit er nicht in den Tempel muss. Aus Kinder werden Leute. Ich muss doch was sagen. Ich mache mit dem Breuer zusammen ein Buch über die Bertha Pappenheim. Er weiß es nur noch nicht.